Herzlich willkommen zur Talk24 am 20. Mai. Lange hat die Politik das Thema Impfnachweis verschlafen. Nun müssen Millionen Zertifikate nachträglich ausgestellt werden. 18 Euro brutto können die Apotheken dafür abrechnen. So sieht es zumindest der Referentenentwurf für die Novellierung der Coronavirus-Impfverordnung vor. Wird dagegen ein Impfzertifikat für eine Zweitimpfung im Zusammenhang mit der Erstellung eines Zertifikats für eine bereits erfolgte Erstimpfung ausgestellt, beträgt die Vergütung 6 Euro. Ab Juni wird auch durch Betriebsärztinnen geimpft. Weil damit das Volumen steigt, das über die Apotheken ausgeliefert wird, kürzt das Bundesgesundheitsministerium jetzt das Honorar. Für die ersten 100 Weils können pro Monat wie gewohnt 6,58 Euro netto abgerechnet werden. Danach sind es 4,28 Euro und ab der 151. Durchstechflasche sogar nur noch 2,19 Euro. Das Ministerium begründet die Staffelpreise mit dem geringeren Aufwand bei der Auslieferung größerer Stückzahlen an Betriebsärztinnen und Betriebsärzte im Vergleich zu den Arztpraxen. Zum zweiten Mal in Folge findet die Expo-Farm wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Eine sichere Planungsgrundlage bestehe nicht, hieß es zur Begründung. Geplant war die Pharma-Messe vom 22. bis 25. September. Der Deutsche Apothekertag soll dagegen am 22. September in Düsseldorf stattfinden. Im vergangenen Jahr war er ebenfalls abgesagt worden. Forderungen nach einem digitalen Apothekertag blieben damals unerhört. Apotheker Dr. Björn Schittenhelm hat mit seinem Böblinger-Modell Standards für Apotheken-Testzentren gesetzt. Jetzt sind Corona-Impfungen an der Reihe. Gemeinsam mit einem Arzt hat er ein Mini-Impfzentrum auf die Beine gestellt und veranstaltet am Samstag einen Impfmarathon. 5000 Impfungen an einem einzigen Tag sind geplant. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Ad Hoc 24 ist das tägliche Video-News-Format von Apotheker Ad Hoc. Am besten jetzt gleich den Kanal abonnieren und keine News mehr verpassen.